Hallo E.T. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Let's The City! Oh, gutes Timing. Ich glaube, das wird nicht gut für uns Ende. Oh nein, ich hätte darauf gar keinen Bock. Okay. Das Problem hat sich jetzt auch geklärt. Ich glaube, wir hätten viel mehr Nebenquests machen sollen und uns mehr vorbereiten dürfen. Soll ich glaube, das wird mir gleich zum Verhängnis. Okay! Ich traue mich! Ich schaffe das! Und du wirst gleich in Brionz gesteckt! Als ob ich vor irgendwas Angst habe! Ich habe keine Angst! Boah, Experiamos! Experiamos! Na, hättest du nicht gedacht, dass man deine Waffe auch so benutzen kann? Gell? Ja! Ist stark, oder? Na, was ist mit dir? Oh, deine Waffe kann auch fliegen! Und auch wieder zurückkommen! Oh nein! Du bist doch nicht so stark, wie du denkst, gell? Oh, bist du doch alleine? Perfekt! Seht ihr die Leute? Wenn man sich was traut, kriegt man das doch hin! Okay, weiter geht's! Warte, die Bastardropfen! Solche kleine Details, gell? Machen das Spiel einfach nur unglaublich! Sag mir nicht, das war jetzt der Bus! Was? Es wird safe und los geben! Ich glaube, ich muss hier nach links gehen! Aber wie? Links? Mit dir muss ich doch locker... Oh! Und ich muss doch noch was machen! Oh! Oh! Oh, nur noch kaputt machen! Ich, äh, geh mal wieder, ne? Oh! Oh! Ja, in der Truhe wird halt, wir haben es. Okay. Da unten. Ah. Okay. Dann habe ich eine Idee, wie ich dich holen kann. Hallo. Danke für die Schlaf mitzuspielen. Ist ein sehr schön Film. Was ist auch definitiv das, was ich jetzt gebraucht habe? Vielleicht muss ich die Markierung an der Wand gegenüber treffen, so habe ich schon einmal Torbögen verschoben. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Ich habe eine Idee. So. Wenn ich jetzt hier hingehe, nochmal drauf schieße und jetzt hier durchgehe, verändert sich vielleicht irgendwas. Okay, nein. Ich weiß nicht, was ich verändert. Oh. Well. hmm Ah, warte So Nein Ja Oh, perfekt Ich hab's geschafft Ich weiß im ehestensten zwar nicht wie, aber ich hab's Okay Alter, Marie Hier ist eine Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Hallo Experriamos 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 gemacht ich kämpfe gegen eine nur gegen eine stelle jedoch ein lebensfall oder aber jetzt bist du wieder da oder was jetzt sind sie bleibt sich wieder was ist das für scheiße experian muss hier hat es scheiß axt unsichtbarer gegner nur gegen eine axt kämpfen was soll denn dann der post in der berufung sein wenn ich weiß nicht facken was war denn das alter jetzt so scheiße so Was muss ich hier jetzt machen? Jetzt ist da oben drüber eine Plattform. Ich verstehe es. Ist es möglich, einen dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen? Interessante Idee. Really? Soll ich mich Sachen fragen oder soll ich einfach akzeptieren? Und wenn ich jetzt da durchgehe, bist du wieder normal? Nein, ich will, dass du wieder normal bist. Alter? Spür mich fuchsen? Ja, jetzt. Danke. So. Und jetzt springe ich auf D, aber dann ist ja... Ja. So. So, dich platzieren wir jetzt hier. Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Du sollst schon da stehen bleiben. Äh, so. Jetzt müssen wir gucken, dass der wieder normal ist. Aber dann geht die Plattform weg, oder? Warte mal. So. Okay. Okay. What? Und... Oh, wir stellen da hin. So. Und jetzt... Jetzt tun wir ihn erstmal gerade machen. So. Tun ihn zum Schweben bringen. Und tun ihn anhalten. Reicht aber natürlich nicht. Ja. 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 Warte mal jetzt sind wir das verschieben und jetzt müssen wir auf die da war doch gerade eine plattform ja jetzt ist da noch warte warte so dich nehmen wir mit tun dich da oben platzieren wenn du schon seit über 20 minuten so jetzt bringen wir dich zum schweben anhalten so und so nehmen die tour bitte nein ok so jetzt halten wir an sicherheit und gehen darauf du willst mich doch jeder ist wieder keiner wenn ich jetzt auch da dann ist es wieder bitte was ich verstehe das rätsel nicht warte 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 wieso wir können doch das währenddessen bewegen und dann so leuchtet das früfen zwei so viele folgen braucht aber ich möchte auch hier ein paar fehl zeigen und nicht nur wie ich das schnell hinkriegt deswegen möchte ich sehen uns beim nächsten mal und ich frage mich immer mehr und immer mehr was ich hier eigentlich mache 105 10 10 10 hier